Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Conor McGregor verliert wirklich immer mehr an Relevanz in der UFC. Ja, man muss wirklich sagen, McGregor ist natürlich in diesem Sinne ein ganz, ganz klarer Fall von der Typ verkauft die Zahlen so oder so, egal gegen wen er kämpft, egal gegen wen er wirklich in der UFC antreten sollte. McGregor wird immer interessant sein, aber leistungstechnisch ist das Ganze ein schwieriges Thema. In den letzten Sparringsausschnitten sah er auf jeden Fall stark aus, er sah gut aus, er sah schnell aus, er sah stark aus und hat hier natürlich jetzt gegen keinen krassen MMA-Profi Sparring gemacht, sondern einen seiner Schüler bei The Ultimate Fighter, sprich ein anstrebender UFC-Fighter, der wirklich auch das Potenzial hat und da hat McGregor natürlich die Levels gezeigt. Der Typ sah auf jeden Fall genauso aus wie McGregor. Benel Darius, welcher jetzt gegen Charles Oliveira antreten wird und zwar in der gleichen Gewichtsklasse, in der auch Conor McGregor kämpft, hat jetzt seine ganz klare Äußerung getätigt über Conor McGregor, über das Cheating in der UFC, was der Mann ja anscheinend mitbringen soll und das bevor er gegen Michael Chandler wieder in den Cage steigen wird. Und zwar sagte Benel Darius hier ganz klar und deutlich, dass McGregor natürlich die ganze US-Anti-Doping-Agentur komplett ignoriert. Er sagt, dass er glaubt, dass Conor McGregor ganz klar am Cheaten ist. Wenn du wirklich in der Realität so lange Zeit hast, mit diesen Steroiden, mit den leistungssteigernden Mitteln dich wieder aufzubauen, kannst du nicht einfach trotzdem aktiv in der UFC bleiben. Du musst trotzdem im US-Anti-Doping-Agentur-Testpool bleiben. Du kannst ganz klar mit der Anti-Doping-Agentur sprechen. Du kannst therapeutische Maßnahmen machen, aber ihr müsst ganz klar und deutlich endlich verstehen, dass Conor McGregor sich die Zeit nimmt, nicht getestet wird, weil er auf Stoff ist. Er sagt, das ist Bullshit, um ehrlich zu sein. Der Fakt, dass sie sagen, ja, während er hier sich regeneriert, dass er da ganz klar und deutlich nicht getestet werden muss, nur wegen seinem Bein ist einfach nur lächerlich. Du kannst natürlich immer noch getestet werden. Die müssen ganz klar sagen, dass er irgendwelche therapeutischen Maßnahmen benutzt, um dann legal Steroide zu nehmen. Beispielsweise auch beim Ramsar Chimaev, wo die UFC-Ärzte, die besten Ärzte ihm geholfen haben, dass er diese Covid-Infektion los wird, die Probleme mit seiner Lunge wieder lösen kann. Da hat Ramsar Chimaev auch extra Steroide bekommen. Conor McGregor hat Benel Dariush einfach nur beleidigt. Also hat das, was er jetzt sagt, gar nicht ernst genommen. Er sagt, hier ganz verhundert, ich bin kein Cheater. Nimm meinen Namen nicht in deinen Mund. Du laberst einfach nur Scheiße und hat sich über ihn lustig gemacht. Und das ist ein Conor McGregor. Das ist ein Conor McGregor, wie wir ihn kennen. Insofern werden wir natürlich sehen, ob sich das Ganze, wenn es denn wirklich der Fall sein sollte, wovon ja sehr, sehr viele UFC-Fighter ausgehen, ob sich das wenigstens auszahlt im Oktagon und nicht nur halt für die Muskelmasse, nicht nur fürs Optische. Und darauf bin ich halt sehr gespannt. Ich denke, McGregor hat immer noch das Potenzial, gute Fights zu liefern. Ob es für sie gereicht, werden wir sehen. Schreibt mir eure Kommentare dazu gerne in die Kommentare. Lasst unbedingt gerne ein Like und Abo da. Danke für den krassen Support. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.